Hallo Sophie! Hallo Maria! Wie geht's? Danke super, bald kommt Neujahr. Ach, Neujahr ist mein Lieblingsfest. Warum? Es geht laut und lustig zu. Man geht hinaus auf die Straße, wo ein privates Feuerwerk veranstalten werden kann. Kennst du, dass es auf eine alte schöne Tradition zurückgeht? Durch Lärm böse Geister abzuwehren. An Silvester geht es auch sehr lustig zu. Am Badenburger Tor trifft man sich zur größten Silvesterparty Deutschlands. Alle wünschen einander guten Lutsch ins Neujahr. Ich wünsche dir auch alles Gute im Neujahr. Danke! Tschüss! 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 Tschüss!